hallo leute herzlich willkommen zu gilt was 2 das letzte mal hatten wir moment hier den beruf schneider gelernt schließlich möchte ich meine klamotten selber erstellen können und ok und weg ist sie stuf 21 ja das sind ja auf jeden fall ich möchte aber immer noch das auktionshaus finden und das heißt dass wir uns auf der suche des auktions hauses begeben und zwar in der folge so wie komme ich hier runter warum habt ihr alles mit dem zelt zugemacht leute und er läuft er läuft so edelmann edelmann jahrmark zarbeiter ne da ist es nicht ich habe gedacht da sind so viele leute da ist vielleicht das auktionshaus wo ist das auktionshaus ok hier schon mal nicht das muss wahrscheinlich ihr boah hatte ich gar nicht bemerkt geil nein das wäre doch irgendwas so als heiler so als priester das symbol oder geil ok ich bin immer noch auf der suche nach dem auktionshaus ups kurzer lag nee kommt er jetzt nicht mehr hinterher mit dem laden oder wie so das sind wir wo wir eigentlich am anfang sind wir durch das portal da raus reingekommen elementar marietrainer hallo hast du was für mich zeigt mir eure anbücher ok behalte erstmal deine anbücher heb sie gut auf für mich nekromanten ingenieur diebe diebe ok hier sind also die ganze trainer so erst einmal ach da habe ich schon was gesehen gildenbeamter gildenwerber handelsbosten na da endlich warum ist es hier so leer und warum macht er das auf einmal ja auf einmal sagt er falsches passwort es scheint mich raus geschmissen zu haben das heißt ich schaue mal was los ist und dann sehen wir uns dann gleich wieder also dann tschau tschau so und das sind wir wieder ja da hat er das spiel einfach raus geschmissen und warum er gemeldet hat falsches passwort das werde ich wahrscheinlich wohl nie erfahren so ok handelsbosten ich hoffe das ist ja das auktionshaus schwarz löwen handelsgesellschaft äh also habe ich denn nicht oh ich meine ist mein level nicht hoch genug dass ich da nö also irgendwie funktioniert das auktionshaus nicht oder ist es nur bei mir so ich habe keine transaktionen ich verstehe das nicht ok gehen wir mal zur bank Kauffrau Bank Hallo Zalanda verantwortung ist eine bürde na das sieht ja schon besser aus möge Lissa euch helfen Sammlungen achso Zutaten zum kochen gewöhnliche Anwerksmaterialien ah ja ach und Tiergefährten kann man auch äh alles für deinen besten Banken ok Edelsteine und Juwelen oh hab euch gar nicht gesehen hab ich hier nicht Malach Hid Kiesel äh tatsächlich die kann man einfach so verschieben tatsächlich die kann man einfach so verschieben fasst euch kurz ok ich möchte aber jetzt hier so die schwarze Löwentruhe da weiß ich noch nicht was ich damit machen soll die winzige Klaue der grüne Holzblock ja ich ich tue erstmal alles ihr hin hab euch gar nicht gesehen ja ist ok Moment mal das sind eigentlich Materialien die könnte ich eigentlich ups so nicht die könnte ich eigentlich alle ihr hin schmeißen um so da kann ich sie nämlich alle hinschmeißen da weiß ich wo die sind Kupferherz der Splitter der kommt nicht dazu oder auch hier ja tatsächlich oje na gut Dolch Ei gut das heißt die winzige Klaue hier hin hier hin und jetzt Moment ok der Holzblock hier hin ja irgendwann hab euch gar nicht gesehen aber auch ich das im Griff na das geht doch Koch ich habe so viel zu tun Koch 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 da kommt das Hain sehr gut und du was bist du so Anwerksmaterial mit schwachem Blut so jetzt sehe ich sie auf die Schnelle sehe ich gar nichts na hier hin ein Apfel ein Apfel Kiffbeutel ach da war ja doch so und was immer ich damit machen kann ok Tiere fertig ist das nicht mit Wachen Apfel wahrscheinlich weiter oben da sehe ich sie schon Apfel 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 Hallo Apfel Achso die sind wahrscheinlich von der Quest oh Mann ey gut ich habe so viel zu tun Stück Wildfleisch so ja mit der Zeit mit der Zeit mit der Zeit so die Bank funktioniert eine Gildebank ich bin noch in keine Gilde drin das kommt irgendwann auch mal jubi jetzt schauen wir mal Handelsposten das sind ein paar Leute ja ich habe mir gleich gedacht dass das irgendwas nicht stimmt weil es sind so wenig Menschen hier also Menschen ja Spieler ja das sind so wenig Spieler da habe ich mir gedacht das kann nicht sein gut Beruf 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 ich habe ja schon Schneider und ich denke mir dass ich mir stopp ich glaube ich werde mir als ich werde mir das Juwelenschleifen Juwelenschleifen aneignen ja das mache ich ich habe auf der Homepage gelesen Verzauberer gibt es nicht ist das ein geiles Aquarium ist das geil so eine will ich auch bei mir in der Wohnung haben ich könnte stundenlang hier verbringen in dem Spiel ich glaube ich kann alle andere Spiele kann ich einfach kündigen ich ich werde von den 24 Stunden am Tag werde ich 26 Stunden online verbringen ist das geil ich glaube hier muss man raus ja leider geht das natürlich nicht man hat auch ein real life wo man auch in real life da muss man auch ups ja wie soll ich sagen erfahrung sammeln ja und dem beruf muss man auch nachgehen im real life traurig aber wahr so irgendwo war hier der Schneider oder oder bin ich ganz woanders was bist du für einer du siehst komisch aus alter wachsen die hier oder was so ja und im real life muss man auch da erfahrung sammeln ja da war's da ist es doch Schneidermeister und dann daneben ist glaube ich der Juwelenschleifer Meister jawohl mit dem Schneidermeister kann ich natürlich Taschen erstellen für mich mit dem Juwelenschleifer kann ich ein paar Ringe und sowas und Edelsteine für mich erstellen sonst dürfte für mich nichts denke ich nichts wie soll ich sagen brauchbares dabei sein nach meine aktuelle Information kann sich ändern also bitte bildet mich zum Juwelier aus ab jetzt bin ich Juwelier das heißt was kann ich herstellen mit Juwelier keine Kontakte Held Handwerk Juwelier Kupferbarren Kupferrammen ok ich sehe schon ich muss auch etwas anderes kaufen und zwar eine ich wollte schon sagen Axt eine Hacke Hallo Ladenbesitzer hast du eine Hacke Möge Lissa euch helfen Runen geringe Runen der Lagerung was Dienstherstellung von Taschenkissen und Rucksäcke mit Hackplätzen ach das muss ich auch noch kaufen ich habe alles was ihr braucht Dienstherstellung von Taschen ist ja super ihr und zwar nicht die Ernte sind da die Spitzacke kaufen eigentlich könnte ich von jeder was kaufen ich könnte einfach ich habe von allem was gekauft so Leute nachdem mich das Spiel rausgeschmissen hat und ich dann wieder anfangen müsste mache ich eine Aufnahmepause wieder vor dem Schneider Meister und ich hoffe dass wir uns dann das nächste Mal wiedersehen und dann muss ich bis dort hin überlegen was wir dann machen also dann Ciao Ciao